Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Explore Minecraft und wieder mit einem neuen Projekt einer neuen kleinen Welt. Wir hatten in den letzten beiden Folgen die Titanic erkundet, Oberwasser und Unterwasser, aber sie ist leider für uns untergegangen und wir haben alles abgecheckt und jetzt sind wir schon in einer neuen Welt und es ist nicht zu übersehen. Der große Schriftzug oben steht Geometry Dash. Ich weiß, ob man das so ausspricht, aber wir sagen immer Geometry Dash, so schönes Denglish. Aber gut, also wir sind hier in der Geometry Dash Welt und wer hat dieses Spiel ja nicht gespielt? Also jeder hat da das Versuch zu schaffen, ist verzweifelt, hat das Handy weggeschmissen, wollte es wieder deinstallieren, hat es auch getan, dann wollte man es wieder spielen, wollte sich den Soundtrack downloaden und hat gemerkt, dass man nur auf die russischen Seiten kommt, wo man irgendwelche Werbung angedreht bekommt, so wie das halt immer ist. Aber ich habe jetzt hier halt mir diese süße Welt ausgesucht, die ich schon seit langem in meinem Minecraft Ordner drin habe, aber ich hatte halt noch nie wirklich Zeit, mir die mal anzugucken. Ich habe gedacht, wir machen es jetzt einfach mal hier in unserem kleinen, in unserer Serie Let's Explore Minecraft und das sage ich mal hier noch vorweg. Hier sieht man jetzt ja diese Originaltexturen, hier sieht man die. Und es ist jetzt kein Extra-Texture. Wenn man jetzt mal guckt, hier dieses Sort-Text-Fanville, das mache ich auch in die Beschreibung, ist ein sehr gutes Text-Repack übrigens. Äh, das hat nichts mit diesem Geometry Dash zu tun. Äh, das ist einfach so, keine Ahnung, ob das hier über die Command-Block kommt, weiß ich nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir drücken einfach mal Start Game, das sieht hier hinten, äh, Rendering Distance, 20 plus, FOV, 90, haben wir, 90, ja, haben wir, 20, ich weiß nicht, ob der das jetzt so aushält. Äh, ich würde das Risiko fast gar nicht eingehen, aber es geht anscheinend doch. Na gut, dann gucke ich mal dazu, wie dieses FPS. Ich habe sie so oft für sich begrenzt. Der läuft unendlich ganz gut. Na gut, lass ich das dabei machen. Wir haben jetzt hier 30. Okay, dann drücken wir hier mal auf Start Game. So, ich habe diese Map noch nicht gespielt, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das was Gutes wird oder nicht. Sie wählen jetzt hier mal unsere Farben. Ich nehme mal orange und blau. Äh, orange und blau. Ich hatte das Problem, ich habe es schon in zwei Versuche bringen, weil sie aufnehmen. Ich hatte das Problem von schon mal, dass ich nicht die Farben nehmen konnte. Hä? Jetzt aber orange und rosa, ne, auch kacke. Ne, diese kann ich nicht orange und blau nehmen? Hä? Mal so. Wo, was haben wir denn jetzt blau und liga? Das ist, wenn die beiden nicht nehmen können, jetzt hier auch orange, die dann ist dann jetzt auch egal. Da kann man... Ja, dann orange und grau. Immer das okay. Keine Ahnung, ob man das jetzt nicht zusammennehmen kann, wird seine Gründer haben, also orange und grau. Gehen wir auf, jetzt werden wir teleportiert. Da können wir wieder runtergehen. Die Farbenänder, die haben wir zum Ziel, die einzelnen Level. Completed. Null Prozent. Jetzt in die welche Nummer? Ja, zwei, dann sicherlich dann die Eins. Ja, eins. So, ich würde sagen, ich drücke mal rauf und guck mal, was passiert. Sie muss, ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Gott, ich weiß gar nicht, was ich... Fichter Steuer, gibt's ja auch wie eine Anleitung oder so. Was sieht, wenn ich jetzt hier aufdrücke? Bin ich wieder hier, kann ich jetzt nur mal ein Blau vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt steuern muss, ehrlich gesagt. Also, natürlich leert hast du es springen, der muss ja eigentlich auch gar nicht. Gott, Alter. Gott, Alter. Gott, Alter. Das ist gar nicht so einfach, weil das so ein bisschen... Schritt für Schritt... Ey, das ist... Das ist echt schwer. Dieses Level... Wir versuchen mal, das ist unser Glück. Schaffen wir ja wenigstens ein bisschen... Was? Alter. Ich muss immer eine halbe Sekunde vorher drücken gefühlt. Aber das ist das für, dass wenn ich... Jetzt drücke, ich komme da jetzt erst hoch. Es ist nicht so... Einfach muss man immer... Oh, Gott, Alter. Wieso hat das denn... Das ist echt nicht... Aber ich versuche mir jetzt einfach mal ein bisschen hier. Wenn es hier... Wenn es nichts wird, dann scheint es vielleicht einfach noch hier ein bisschen. So, dass er bitte gehen. Gott, den Willen. Weil es ehrlich gesagt auch gar nicht, wie das jetzt... animiert wird. Also, ob jetzt... Also, wir stehen ja trotzdem immer noch hier. Und sozusagen, wir gehen jetzt hier so lang. Und das... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt so genau gemacht wird. Aber ich würde sagen, wir spielen... Versuchen das jetzt mal ein bisschen zu schaffen hier. Es ist nicht so einfach, wie gesagt, weil das so ein bisschen... Hinterher hängt. Ich komme gar nicht... Ich schaffe gar nicht diesen... Sprung da. Da muss ich wahrscheinlich schon früher abspringen. Ach, ich glaube, ich kann nicht... Ich glaube, ich kann nicht einmal den Land drücken, ne? Doch, geht. Okay. Okay. Jetzt... Es ist nicht einfach, Leute. Also, wie gesagt, ich... Ne? Die Map ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne runterladen. Wie immer. Dann könnt ihr das selber mal versuchen. Es ist wirklich nicht leicht. Und springt halt immer rüber über den einen. Ich will jetzt nicht gerne das mal schaffen. Und ich will hier so ein... Ach, sie da stehen. So. Komm jetzt hier, komm, komm, komm. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Haben wir die Münze schon mal. Das ist echt nicht leucht, Leute. Ich sag also euch. Wir sollen jetzt... Okay, okay. Das war jetzt nicht ganz so leicht. Aber gut, wir haben das schon mal... Der war schon mal gar nicht so schlecht. Die Runde eben. Jetzt haben wir auch so langsam den Bogen raus. So. Ich glaub, wir müssen da oben rauf. Damit es weiter geht, weil man... Ne, es geht doch. Oh, da hat sie gesehen. Da hat's eben grad ein bisschen gebackt. Ich würd sagen, wir versuchen mal 40. Und dann gucken wir uns mal die anderen Level an. Also, alles schaffe ich das... Schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Äh. So. Oh, das war ein bisschen knapp. Vielleicht kommen wir da oben rauf. Ach, scheiße. Ich würd' mich gerne die Münze da oben haben. Ach, egal. Ich kann... Guck mal, ich kann die Kamera so drehen. Das wird... Das wird aber irgendwie ein bisschen blockiert. Dann gut, vielleicht schaffen wir die 40%, wie gesagt. Oh, man sieht man auch, wie viele Sterne man hat. Aber das wird einem ja nur angezeigt, wenn man... Was zum Ende geschafft hat. Und nicht so, wie wir andornt. Der Kaktus, wo kommen wir denn? Also, wir kommen bis da, ne? Also, bis da würd ich hier hinkommen. Wie gesagt, 40%. Das kriegen wir auch hin. Wir haben doch Zeit. Die Folge wird auch nicht ganz so lang, ne? Also... Mal was kurz ist. Aber je besser ich bin, umso größer wird die Folge. Och, Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt mal wissen. Ah. Streng. Jetzt war immer das... Ich guck mal, der springt halt immer erst kurz nachdem man überhaupt gedrückt hat. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich das jetzt hier nicht hinkriege, dann lassen wir das eben bei den 36%. Aber wir wollen mal positiv denken. Guck mal da hoch. Müsst du kommen. Irgendwie immer nicht hoch. Leute. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. 40% Exat. Okay, dann haben wir das erstmal. Gut. Dann haben wir jetzt hier Level 2. Das ist jetzt sicherlich schon ein bisschen schwieriger. Oh ja. Oh Gott. wie man da so drinnen backt. So, dass dann würde gehen. Da kann man doch nicht kriegen, ne? Soll ich denn da... da bitte rüber springen? Ach, ich muss da oben wahrscheinlich. Oh Gott. Boah, Alter. Das ist richtig krass. Das kann ich jetzt ehrlich... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das die originalen Halle sind. Das ist schwer. Das ist echt... Da ist echt Timing gefragt. Wir sind davon, dass es halt so hinterher hängt. Nein. Das ist nicht... Nicht. Ich würde gerne wissen, dass dieser Block, mit der sich auf den Dreh, das ist glaube ich ein Block. Also... Äh, ich überleg halt nur gerade, wir haben ja Farmer ausgewählt, ne? Wir hatten ja, glaub ich, orange und schwarz jetzt am Ende. Der ist orange, aber ob das jetzt damit zu tun hat? Bei Ort, was jetzt nur Zufall ist. Oh, das ist jetzt echt nicht einfach, doch. Genau im richtigen Moment. Acht Prozent. Oh, shit. Wie ich immer dann immer noch springe. Ja, aber gut. Komm. Oh, da musst du... Das ist... Ja, jetzt läuft's auch flüssig jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt am Computer liegt oder einfach an der Verarbeitung. Aber sonst läuft ja alles flüssig. Jetzt wird... Jetzt kann man das auch mal ein bisschen schaffen, ja? Okay. Ich soll da jetzt ein bisschen gehen. Wenn ich's nicht gebacken kriegen, dann... Ich muss halt erstmal das nächste Level machen. Das sind blöd, ey. Bisschen konzentrieren hier. Da kommt. Nein, euch hätt' ja das Ding näh' sitzen sollen. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich hab' vielleicht die 20 Prozent. So schon mal nicht. Ja, denn ihr könnt' auch gern vorspulen, ne? Vielleicht hab' das dann doch irgendwann. Oder ich schneide das so, dass ich vorspule. Aber da wär' ja auch ein bisschen der Witz weg. So, machen wir jetzt so. Nein! Da muss ich rüberspringen. Ah, shit. Da muss ich rüberspringen. Ich hätt' natürlich auch gleich dran denken können. Warte. Ich fäll' jetzt noch drei Versuchen, dann gehen wir erstmal weiter. Eins. Zwei. Oh Gott, mich blöd. Drei aller täglich. Wird mal der Spielmodus ändern. Das kommt übrigens daher. So, jetzt ist erstmal egal, dann. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Hier ist nix. Okay, hier geht's weiter. Level drei. Das ist bestimmt schon noch schwerer. Ne, da muss ich. Muss ich rauf, ne? Loll. Kann ich da unten lang? Das ist mein Kopf, Leute. Das seh' ich jetzt. Das ist mein Kopf. Guck mal. Seht ihr das Gesicht? Ist ja geil gemacht. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich glaub, da soll ich rüberspringen. Auf 24 Prozent. Das ist auf jeden Fall einfacher, das Level. Guck mal. Ich kann da unten lang, seh' ich gerade. Ich muss erstmal versuchen, ob ich jetzt... Muss ich da rüberspringen und hier rüberspringen und da rüberspringen und da rüberspringen. Dann komm ich da rein. sieht man so ein bisschen... die Lücke. Muss ich aber früh abspringen. Ja gut, wir machen erst mal den anderen Weg, der ist einfacher. Hier muss ich nämlich gar nix machen. So. Nein, 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 nein. Da muss ich auch das gelbe Ding nehmen. Ich frag mich halt nur, welcher Spielmodus kennen. Wahrscheinlich in Hardcore-Modus. Weiß er, dass man halt... In Hardcore-Modus wird man ja auch sterben. Komisch. Na gut. Vielleicht kann man doch nicht verstehen. Gott, wie soll denn... Das war sogar richtig. Leute. Gott. Das kann ich ja schlicht schaffen. Auch fast 40 Prozent. Das war eben ein bisschen Glück. Hast echt ganz cool gemacht hier. Es gibt auch Flappy Bird und so. Wenn ich das mal aussuchen soll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das interessiert in einer kleinen Mini-Spiele. Oder mehr so... Scheiße. Oder mehr so... Adventure-Maps. Also ich wurde auch nicht drauf gewesen, dass ich vielleicht mal eine Adventure-Map machen kann. Und da könnte ich sogar zwei Sachen zusammenfügen. Also... Äh... Jemand wollte ja Star Wars. Äh... Und... Klar... Es gibt nämlich eine Star Wars... Es gibt eine Star Wars... Entschuldigung... Eine Star Wars Adventure-Map. Das passt natürlich... 80 Prozent. Das war gut. Wir machen noch einmal. Es gibt eine Star Wars Adventure. Da kann ich sozusagen zwei Sachen zusammenfügen. Ich würde sagen... Die gucken uns an. Aber es gibt... Bis dahin gibt es auch noch ein paar andere Welten. Also ich habe mir da schon so... Einige zusammengesucht. Ich kann keine Repertoire habe, bis ich... Überhaupt anfange. Da kommt noch... Also nächstes Mal kommt was ziemlich geil ist. Äh... Ich gehe jetzt mal ganz gut weiter. Nächstes Mal kommt was ziemlich krasses und... Dann... Guck mal die Kommandblockseite. Und dann gibt es... Auch noch was krasses. So, was haben wir jetzt hier? Level Editor. Oder ist das egal? Ich kriege jetzt darauf. Ich bin was völlig geändert. Und jetzt? Bum! 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 Sehr cool! Es wird durch einen Command die Textur geändert! Das ist echt blussig! Was ist das jetzt gewesen sein? Wie kommt es denn jetzt? O! Ich glaub, das darf nicht sein! Wie... Hier kann ich jetzt hinkommen! square... smooth, endline, speed, okay, booster, coin. Jetzt kann man hier das also bauen, das ist ja cool. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen kann, dass man schafft, ich mir jetzt mal irgendwas, ich kann da fliegen, oder? Ja, jetzt mal sowas hier, sowas, dann fällt man runter, ich hab keine Ahnung, ob das klappt, ne? So, ich weiß, wie sollte man dann jetzt hier regulär hinkommen? Ja, gut, wir haben uns einmal hier durchgebaut. Äh, ich frühe das mal aus, jetzt, was passiert? Achso, man startet da unten. Stark, stark. Okay, dann müssen wir mal gucken, das müssen wir natürlich ändern. Ach, jetzt muss ich, na, jetzt komme ich da nicht hoch, oder? Oh Gott, ich kann aber Game Mode, fast, Game Mode 1. Gut, das geht. Äh, Den muss ich ja nie mehr ändern, nicht nur blöd. Äh, jetzt kann ich das wegnehmen, dann machen wir so. Ich hab keine Ahnung, ob das klappt. Ich hab mich nicht, in der Fiege jetzt. Hey, ich hätte die Karte gekommen, sehr geil. Na gut. Okay, das wird auch nichts. Das stimmt mehr sofort. Ich hab quasi, das blöd. Quasi nicht machbar. Mich jetzt hier mal ein bisschen aus, ne? Also ich ziehe das jetzt, die Künzigen die Länge. Wird ja auch nicht groß ausbauen, aber ich wollte es halt gehen mal ausprobieren. Ne, jetzt soll der... Hm, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Das ist ein bisschen anders bauen, ja? So, das wird jetzt hier so... Keine Ahnung. Oh, springt. So hoch. So, und dann geht's da wieder runter. Keine Ahnung. Probieren wir das mal aus. Wie kommen wir jetzt hier so... Kommt man hier von außen noch rein, oder? Ach, man kommt oben rüber. Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt ist es ja quasi nicht back. Wir haben es hier geschafft. Okay, das ist, glaub ich, das Ende, ne? Gott, ey, das ist echt anspruchsvoll, Leute, das hier zu machen. Wie lange geht das ein? Guck mal, gucken wir uns das mal an, wie viel wir schaffen hätten müssen, sozusagen. Ist das eigentlich eine Seite? Guck mal, wie lange das geht, Alter. Wollen wir uns nochmal an Level 3 versuchen, wenigstens? Wollen wir? Ja, komm, wir versuchen nochmal Level 3. Äh, vielleicht schaffe ich das ja noch. Wenigstens 50%. Und dann können wir auch schon beenden. Das hat auch nur eine Folge, wird's hiervon geben. Das reicht auch. 60%. Ach, wir hatten sogar schon so viel. Und dann versuchen wir vielleicht noch. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Ich freue mich so, ich mach immer ein bisschen weiter hier, ne? Äh, man, jetzt war es nicht. Das ist wieder ein Nachtdecken jetzt. Hier jetzt das Zeug nach unten im Inventar, sieht man. Das ist ein bisschen wie das ist, wie das geht nicht. Wir suchen mal den anderen Weg da unten. Muss ich... Muss ich hier sprengen? Ne, das ist doof. Das... Immer wieder viel zu viele Spielchen hier. So. Ach, Mist, ich würde jetzt vielleicht gerne das noch schaffen. 60% ist ja schon mehr als die Hälfte, ne? Das soll jeder wissen. Dann schaffen wir das doch noch. Ich springe noch immer. Komisch, komisch. So. Jetzt kommt. So, kann man da hoch? Schafft man den Frunk? Ja, gut. Ja, wo muss ich hin? Also ich wusste eben nicht, wo ich hin muss, weil das alles so verwirrend war. Okay, das ist aber gar nicht so schlecht, das war sogar noch 4% mehr. Können wir gehen mal hier unten lang, das war ein bisschen einfacher. Oh, das könnte knapp werden. Ja, ging sogar noch. Also ein bisschen backt man da, war ich manchmal ein bisschen drin. Ich will jetzt noch ein Versuch und dann sage ich Tschüssikowski. So, jetzt streng ich mal ein bisschen ankommen. Nein. Schade. Gut, dann beenden wir jetzt hier mit den 64%. Da kann man ja auch nichts bauen, ne? Das ist lustig. So, gut, dann schlägen wir jetzt hier unten hin. Zack. Guck mal, ich zeige jetzt gerade, was wir für Farben ausgewählt haben. Man kann nicht orange? Das habe ich echt überhaupt nicht. Man kann nicht blau und orange nehmen. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Okay, dann stelle ich mir jetzt hier hin. Kommt man eigentlich wieder nach oben irgendwie, ne? Na gut, dann sage ich Tschüssikowski, ne? Bis zum nächsten Projekt dann mal wieder etwas Größeres. Also ich sage wirklich, es ist sehr groß. Also wirklich sehr groß. Na gut, ich verrate mir nicht zu viel. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Let's Explore Minecraft. Bis denn Tschüssikowski.